Es wird durchgeklungen sein, dass die Schiedsrichter heute viel pfeifen. Genau, sie sind nicht so locker an der Pfeife. Das war Günther. Seifert versucht sich durchzutanken gegen Mayo. Wird getrippelt, so ein Tum! Adar Thuray mit dem nächsten Punkt für die Münsteraner, 59 zu 66. Münster lebt wieder, Münster lebt wieder. Passend zu Halloween wie ein Zombie von den Toten aufgestanden. Dann hat er sofort die Auszeit genommen. Stefan Stefanovic gut gesehen da, guter Cut im richtigen Moment von Thuray, bedient von Seifert. Die beiden Big Men im Zusammenspiel.